Dupi-dupi-du, stehen geblieben! Hä? Wow! Wow, wow, wow! Dieses Fossil gehört uns, klar? Wie und wann hast du uns überhaupt überholt, hä? Und Verschämtheit! Ich bin Jesse! Und ich bin James! Miaut, genau! Zusammen sind wir das Team Rocket! Und wir werden uns zurückholen, was wir uns rechtmäßig erklauen wollten! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Pikachu! Hier auf Katze, der Kanal für Kinder! Unsere Reise mit unserem riesigen Onyx geht weiter! Und es ist immer wieder lustig, mit einem Onyx in dieser Größe durch die Gegend zu fahren oder zu laufen! Ja, wir sind im Mondberg und unsere Reise wird jetzt fortgesetzt! Achtung, ich schau mal kurz in mein Team! Ich muss euch eines sagen! Onyx ist ziemlich toll, aber ich hole mal Joyce aus dem Pokéball, da es, naja, seid mir nicht böse, aber manchmal ein bisschen nervt, wenn ich von Onyx absteige und wieder aufsteige! So, daher, lasst uns mal sehen, wo es weitergeht! Oh, wer ist das wohl? Das hätte sich umgedritten, als wir vorbeigelaufen sind! Wow, diese Höhle ist unerwartet groß! Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll! Und ich hab so das Gefühl, dass ich mich verlaufen habe! Glaubst du, ich finde jemals wieder raus? Oh, Miriam, ich hab keine Ahnung! Okay, Pipi, los! Oh, wie süß, das ist ein Pipi! Das haben wir in der letzten Folge auch gefangen! Los, Christine! Wow, du besitzt ja ein Taubsi! Hast du das in der Höhle gefangen? Ah, Moment, das gibt's ja gar nicht in der Höhle, oder? Ganz genau, meine Liebe! Das findet man wirklich nicht in der Höhle! Oh, toll! Wollen wir gegen meinen Pipi tauschen? Äh, ja, gerne! Beziehungsweise nein, ich gebe Christine nicht her! Hätte ich sowieso nicht gemacht! Weil Pipi ist voll süß und mein Lieblings-Pokémon! Es ist pink und toll! Ui, Pipi, alles okay? Oh nein! Nicht nur die Höhle ist unerwartet groß, sondern auch der Kampf war unerwartet! Oh nein, ich hab verloren! Teppichtörtchen! Drei Pokébälle gibt's obendrauf, bitteschön! Oh, du Arme! Bei einer so großen Höhle verliert man leicht den Überblick darüber, wo der Ausgang ist! Oh nein! Lässt du mich einfach allein? Äh, ja, tut mir leid! Oh! Da ist der Typ schon wieder! Hä? Ah! Hör auf uns zu folgen! Okay, warum schreit er denn jetzt so? Was haben sie eigentlich vor? Sandan, hast du vielleicht eine Idee? Joyce folgt dir sehr gut gelaunt! Das find ich toll! Komm, wir gehen da mal runter! Mal sehen, was uns da erwartet! Meine Lieben, hier gibt's den Hinweis! Wenn euch Pokémon gefällt, hinterlasst doch einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr auch in Zukunft keine spannenden und lustigen Videos und das Abenteuer von Pokémon verpasst! Du findest ein Nugget! Die kann man für 5000 Poké-Dollar verkaufen! Ob in diesem Spiel ein Nugget auch so viel wert ist, weiß ich nicht, aber ich gehe mal stark davon aus! Ein kleines, winziges Kleinstein! Fang mich, ich bin ein Kleinstein! Ja, großartig, toll! Okay, Kleinstein, wir fangen dich jetzt! Weil du winzig bist! Haben winzige oder riesige Pokémon eigentlich noch andere Vorteile oder sind sie einfach winzig und riesig? Gibt's da noch irgendwie, weiß ich, kriegen die mehr Erfahrungspunkte oder haben die bessere Statuswerte? Also EV, DV, keine Ahnung! Also EV nicht, aber DV? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr da was wisst! Wow, ganz viele Level-Ups! Onyx hat sogar zwei Level-Ups gemacht, weil wir ein winziges Kleinstein gefangen haben! Das ist verrückt! Vielleicht liegt's auch an der Fang-Serie! War das letzte Pokémon, das wir gefangen haben? Ein Zubat! Hilfe! Zubat, Zubat! Komm, wir fangen noch ein Zubat! Dann können wir es gegen einen Alola-Zubat tauschen! Kleiner Scherz, es gibt keinen Alola-Zubat! Hohohoho! Hohoho! Schlechter Witz! Ein Alola-Zubat wäre für mich lila, muss ich sagen! Wobei dieses blaue Zubat auch ganz nett ist! Und ich glaube, ein Shiny-Zubat ist grün! Habe ich's richtig im Kopf? Müsste grün sein! So, Zubat wurde gefangen! Juhu! Ich weiß gar nicht, was wir mit diesem Zubat machen sollen! Aber vielleicht kommt irgendwann mal ein Trainer und sagt, möchtest du Zubat haben? Äh, tauschen! Sternschauer! Sternschauer finde ich gar nicht so toll! Ähm, ich nehme ein Igler raus! Ich finde Sandwirbel besser als ein Igler! Also ich senke lieber die Statuswerte des Gegners als meine eigenen zu erhöhen! Ich glaube, eigene zu erhöhen macht mehr Sinn in einem Kampf gegen einen echten Gegner, also in einem menschlichen Gegner, aber im Spiel, da die Gegner sowieso nie ihre Pokémon tauschen, macht es Sinn, lieber auf Sandwirbel zu setzen! Das ist meine Meinung! So, ähm, ich würde Genefiona ins Team holen, auch wenn sie leider vergiftet ist, einfach nur aus dem Grund, da sie dann durch die Kämpfe und Pokémon-Fänge Erfahrungspunkte erhält! So, wow, hier sind aber viele Fledermäuse unterwegs, mein lieber Scholli! Schnell raus hier, komm mit Sandan! So, da ist wieder so ein kleiner Junge, was macht denn der hier ganz allein? Bist du auch hier, um die Höhle zu erkunden? Ja, das kann man wohl sagen! Besser gesagt möchte ich nach Azuria City und ich denke, dass ich durch diese Höhle muss, stimmt das? Ich bin Luan und, äh, ja, genau, wenn du nach Azuria City möchtest, musst du durch diese Höhle! Ist ja lustig, du hast ja einen Sandan! Du etwa auch? Ja, ich auch! Mein Sandan heißt Joyce! Schöner Name für einen Sandan! Wie heißt dein Sandan? Mein Sandan heißt... Nadas! Nadas? Nein, Nad-Nas! Äh, warum? Das ist Sandan rückwärts! Oh, wow! Du bist echt kreativ! Ja, ich weiß! Sandan sind toll! Yeah! Oh! Verlieren ist natürlich total uncool! Na toll! Hier drei Pokébälle! Och, nö! Tut mir leid! Ich bin den weiten Weg hierher gekommen, um dem Mädchen zu zeigen, wie cool ich bin! Wo sind denn die ganzen Mädchen? Ich habe vorhin eins getroffen mit einem Pipi! Ach ja, wo denn? Lauf einfach da nach hinten, da wo ich gerade hergekommen bin! Okay, danke für den Tipp! Tschüss! Tschüss! Ein Wanderer! Wanderer haben immer Gesteins-Pokémon! Da habe ich kurz getauscht! Wow! Was? Ein Kind? Mann! Hast du mich vielleicht erschreckt? Hoho! Wow! Und du hast mich gerade angeschrien! Ist dir das bewusst? Wow! Ich bin Rufus! Ja, ja! Wow! Hoho! Okay, los, Kleinstein! Wow! Wanderst du gerne durch Höhlen oder was bist du denn für ein komischer Typ? Ja, ich liebe Höhlen! Ich liebe vor allem die Stalagmiten und Stalaktiten! Wow! Total lustige Steinformation! Findest du nicht auch? Hey, Moment mal! Äh, was war das denn? Tja, meine liebe Marie-Louise hat einmal Absorber eingesetzt! Das ging jetzt viel zu schnell! Ich konnte ja meinem Kleinstein noch gar kein Kommando geben! Egal, nicht so schlimm! Ich habe noch eins! Los, Kleinstein! Kleinstein! Okay, Kleinstein! Jetzt bist du an der Reihe! Zeig, was du kannst! Absorber-Attacke, Marie-Louise! Hirafla! Oh, nein! Wie... Wow! Wie kann das sein? Ich schrei doch nicht immer so! Wow! Haha! Boah, jetzt hast du mich gleich zweimal überrumpelt! Also, dreimal! Meine Kleinstein sind jeweils einmal und mich, so! Äh, 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 äh! Kinder haben an solchen dunklen Orten nichts verloren! Geh heim! Aber ich muss nach Azurias City, deswegen bin ich hier! Wow! Ein großes Zubat! Entschuldigung, ein riesiges Zubat! Na, das lasse ich mir nicht nehmen! Oh, ausgewichen! Gar nicht mal so übel von dir! Und gleich noch einmal! Das war ein Treffer! Das wird sitzen! Zubat, bleib im Ball, bitte! Oh, Teppichtörtchen! Noch einmal! Hm, hm, oh, nein! Zielen und... Ja! Großartig! Bleib im Ball! Komm, das war ein großartiger Wurf! Juhu! Wir haben ein riesiges Zubat gefangen! Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Champion erreicht der Lf 14! Wow! Fangserie 2! Achso, hab ich davor schon eins gefangen? Ich merke das irgendwie gar nicht so! So, weil eine Fangserie hat man doch nur, wenn man zwei Pokémon hintereinander fängt! Also zweimal das gleiche Pokémon! Was haben wir denn hier Schönes? Eine Perle! Und da erscheint gleich ein Pokémon! Mal sehen! Ein Zubat! Ein Pipi ist hier irgendwo... Ups, Salat, das wollte ich gar nicht! Ich wollte runterlaufen und gucken, wo das Pipi ist! Egal, nicht so schlimm! Und wer bist du eigentlich? Halt! Beutelkontrolle! Hast du auch ausreichend Pokébälle bei dir? Sieht gut aus! Kontrolle bestanden! Falls sie die Pokébälle ausgehen, komm bei mir vorbei! Wow, wie cool! Der schenkt dir Pokébälle? Sowas gab es noch nie in einem Pokémon-Spiel! Das ist cool! Okay, oh, Mozi! Ja, ich werde Mozi synchronisieren! Im Anime konnte es immerhin auch sprechen! Ich habe leider nicht die Stimmlage drauf von Mozi, aber... Meine Stimme ist nun mal meine Stimme, ne? Kann ich jede Stimme nachahmen oder imitieren? So! Imitieren ist eigentlich das Wort, das ich in der letzten Folge gesucht habe, zum Substantiv, zum Namenwort, zum Nomen... Äh, Mimikri oder Mimik! Huch! Ein Wassertropfen ist heruntergetropft und hat es wohl erschreckt? Oh, wie süß! Man müsste eigentlich öfters mal die Texte von dem Pokémon lesen, weil ich glaube, je nach Situation, je nach Bereich, sagen sie was anderes. Au, au! Das sieht stark nach einem Kampf aus! Wir haben hier was Wichtiges zu erledigen! Mach dich vermackert, du Winzling! Warum nennst du mich Winzling? Na, schau dich doch mal an! Das ist ein kleiner Giftswerk! Boah, bist du unfreundlich und so oberflächlich! Ah, los Traumato! Zeig, was du kannst! Boah, wie cool! Ist das ein gelber Elefant, der im Matsch gebadet hat? Ist ja nicht so unfreundlich zu meinem Traumato! Hey, du warst gerade auch unfreundlich! Okay, mit Marie-Louise komme ich als Pflanzen-Gift-Pokémon hier nicht weit, vor allem nicht gegen ein Psycho-Pokémon. Komm zurück! Los, Champion! So, mit Champion und seiner Biss-Attacke sollte ich hier viel weiterkommen. Konfusion-Attacke! Dein Wechsel war übrigens gar nicht mal so schlecht kleiner. Nenn mich nicht kleiner, wenn ich ein Mädchen bin! Ah ja, okay, dein Kleines, wie auch immer. Hypnose! Ah, Teppichtörtchen, das ging daneben. Okay, Ruck-Zuck-Keep! Oh nein! Das gibt's noch nicht! Traumato, komm zurück! Ah! Du bist echt stark! Stärker, als ich dachte! Ah! Nicht schlecht für den Winzling! Ich bin nicht winzig! Doch, das bist du! Wenn du ein Fossil findest, sag uns, wo es ist und mach dann einen Abflug, okay? So einfach läuft das Spielkind hier in der Höhle. Och nö! Direkt in ein Zubad reingelaufen. Fangen oder flüchten? Komm, wir fangen's! Wir sind wahre Pokémon-Trainer! Ach ne, egal. Soviel zum Thema wahrer Pokémon-Trainer. Einfach mal geflohen. Ein Paras. Ein Pokéball. Und wir finden einen Trank. Sehr schön! Weiter geht's! So, ähm... Pokémon. Bewege, ich tausche wieder. Marie-Louise ist schon auf Level 16, das ist ziemlich gut. Und, oh, die schon wieder! Was bringt die jetzt hier? Da! Das schwarze Ding da drüben! Das sieht doch aus wie ein Fossil, oder? Bist du bereit, Mautzi? Hopp! Hol das Fossil! Miauts! Hä, sind die jetzt beschäftigt? Na los, mach schon! Du schaffst das, Mautzi! Miauts! Ähm, sagt mal. Soll ich euch helfen? Wo seht ihr das denn? Ich seh das gar nicht! Hey Sandan! Sollen wir einfach weiter und die ignorieren? Joyce freut sich über deinen Sieg! Okay, komm! Wir gehen weiter! Sollen die doch da einfach ins Schwarze gucken? Ist mir jetzt auch egal. Hier sind echt viele Zubats. Also, so wie man es von einem Mondberg kennt. Hier sind wirklich immer viele Fledermäuse unterwegs. So, jetzt geht's nach oben. Wow, Achtung Zubat! Und da ist wieder ein Rüpel. Und ein Pokéball! Normalerweise würde man hier jetzt an der Wand noch einen Mondstein finden. Oder eins drüber. Ne, eins drüber. Mal sehen, ob das hier in dem Spiel auch der Fall ist. Ah, Zubat! Aber es ist winzig. Deswegen bin ich natürlich da mit Absicht reingelaufen. Ich will Erfahrungspunkte. Und hier gibt es bekanntlich zumindest... Bin ich der Meinung, dass man für winzige und riesige Pokémon mehr Erfahrungspunkte bekommt. Da, Zubat! Komm! Bleib im Ball! Ah, Naino! 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 So, Bären treffen natürlich immer aus irgendeinem Grund. Weiß gar nicht warum. Aber so ist das nun mal. So, jetzt Achtung! Dass es auch immer so wild rumfliegen muss. Oh Mann, das ist so eine richtige Pokéballverschwendung, was ich hier mache. So, jetzt komm, bleib bitte einfach im Ball, ja? Oh, nö! Komm, das muss doch klappen! Oh, 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 oh! Jetzt, bitte! Oh Mann, Zubat! Du bist gar nicht einfach zu fangen, aber ich glaube, das weißt du auch selbst. Äh, okay. Was soll's? Weiter geht's. Eine Rüpelin! Steck deine Nase nicht in die Angelegenheiten von Erwachsenen, okay? Wow, bist du frech. Direkt. Die Rüpel sind immer so frech zu einem. Tja, das hast du nicht anders verdient. Haha. Okay. Da mal los, Zubat. Zeig, was du kannst. Okay, Zubat. Dann ist Champion meine Antwort darauf. Radfraat, wir brauchen unbedingt deine Kopfnuss-Attacke. Die ist ziemlich stark. Radfraat! Miau! Wow. Die hat das Pokémon direkt besiegen können. Gar nicht mal so schlecht. Ah, jetzt bin ich sauer. Es tut mir leid. Wollte ich jetzt nicht sauer machen. Oh Mann. Hier sollen schon Pokémon gelebt haben, lange bevor es Menschen gab. Interessant. Okay. Was haben wir denn hier? Haben wir jetzt hier einen Mondstein? So wie... Nein, haben wir leider nicht. Okay. Dann gibt es wohl da keinen Mondstein. So. Wow. Ganz viele Pokémon. Oh, was ist denn hier los? Halt! Stab! Finger weg! Ich habe diese Fossilien gefunden. Also gehören sie auch mir, okay? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und jetzt fordere ich dich zu einem Kampf heraus, damit du mich nicht störst. Denn diese Fossilien gehören mir. Ich bin Miguel und das ist mein Voltoball. Warte mal, du hast nur zwei Pokémon? In Rot und Blau hast du aber drei Pokémon. Ach ja. Wie auch immer. Ich bin jetzt groß geworden. Wovon sprichst du? Ich weiß es nicht. Lass mich in Ruhe. Voltoball, Donnershock. Los. Das bringt dir nicht viel. Radfratz. Noch einmal die Kopfnussattacke. Radfratz. Pow. Oh nein. Voltoball. Wie konnte das nur passieren? Oh Mann, du scheinst echt ein komischer Typ zu sein. Okay. Ich muss meinen Magnetilu einsetzen. Okay, wir brauchen jetzt unbedingt ein Kampf-Pokémon. Pikachu ist, glaube ich, die richtige Antwort darauf. Denn ein anderes Pokémon haben wir nicht, um ein Stahl-Pokémon zu besiegen. Kein Boden-Pokémon. Ich weiß gar nicht, ob Magnetilu die Fähigkeit Schwebe in dem Spiel hat. Ich glaube, Fähigkeiten gibt es in dem Spiel nicht, oder? Okay, Magnetilu. Achtung. Dieses Pikachu kann bestimmt... Oh, wer hätte es gedacht? Doppelkick. Oh nein. Magnetilu. Oh Mann. Miguel, sei mir nicht böse, aber du hast eine ziemlich nervige Stimme. Hab ich gar nicht. Doch, hast du. Oh, na gut. Ich geb da eins ab. Ja, okay. Ja, okay. Ich hab ja verstanden. Voll nett von dir. Na schön, teilen wir. Es gibt ein Fossil pro Kopf. Aber bloß nicht gierig werden. Tja, welches nehmen wir? Das linke oder das rechte? Das Helix-Fossil oder das Dom-Fossil? Entscheidest du dich für das Dom-Fossil? Ja. Ich nehme das Dom-Fossil. Ich find beide eigentlich gleich cool. Aber das Dom-Fossil nehm ich jetzt mal. Nun gut, dann nehm ich das hier. Tja, und? Trotzdem zufrieden? Auf der Fernseh-Noberinsel steht ein Pokémon-Labor. Es heißt, man versuche dort Fossilien in Pokémon zurück zu verwandeln. Wow. Das Zubat hat mich gerade attackiert. Und jetzt sind wir direkt noch in einen Kleinstrand reingelaufen. Na komm. Wollen wir es versuchen zu fangen? Wir probieren es einfach mal. Weil die Fänge sind vor allem deswegen auch wichtig, dass wir ein Level-Up bekommen. Jedes Level-Up ist wichtig. Yay, yay, yay. Ja, sehr gut. Manchmal klappt es gut, manchmal weniger gut. Wenn ich so an Zubat denke, war das vorhin ja weniger toll. So, Christina erreicht Level 17. Und versucht Ruheort zu erlernen. Ruheort ist eine Attacke, die man im Kampf einsetzen kann, um seine KP wieder aufzufrischen. Finde ich sogar besser als Sandwirbel, deswegen kommt Sandwirbel weg. Aber, ich muss sagen, trotzdem finde ich Sandwirbel nicht schlecht. Vor allem, wenn man das sechsmal eingesetzt hat. Öfters geht das nicht. Ähm, trifft das gegnerische Pokémon sehr selten. Oder zumindest seltener. So. Stehen geblieben. Wow. Dieses Fossil gehört uns, klar? Wie und wann hast du uns überhaupt überholt, hm? Und verschämt halt. Und ich bin Jesse. Und ich bin James. Miauts genau. Zusammen sind wir das Team Rocket. Und wir werden uns zurückholen, was wir uns rechtmäßig erklauen wollten. Wir sind so schnell wie das Licht. Gib lieber auf. Und bekämpf uns nicht. Miauts genau. Wui. Wui genau. Oh, wohin genau. Gibt's ja gar nicht. Ha. Zumindest nicht in dem Spiel. Rettern. Also, falls die Entwickler von Pokémon noch eine neue Edition rausbringen. Also, let's go. Irgendwas. Für die zweite Generation. Müssen Jesse und James wieder dabei sein. Mit Wui genau. Das wäre der Oberkracher. So, okay. Was hatten Jesse und James denn eigentlich noch in der Johto-Region? Weiß ich gar nicht mehr. Was hatten die denn nochmal? Ich denke gerade an Vipetis. Aber Vipetis war aus der dritten Generation. Jaja, egal. Okay, Smogon wird ein bisschen kniffliger, weil Smogon eine hohe, ähm, Verteidigung besitzt. Physische Verteidigung. Ich müsste eigentlich das Pokémon wechseln. Aber ich habe keine passende spezielle Attacke dagegen. Naja, egal. Okay, du kleiner Knirps. Denk nicht, dass du den Hauch einer Chance hast. Rettern und Smogon werden dich platt machen. Oh ja, ganz sicher. Ich finde übrigens das kleine Detail richtig toll, dass James die Rote Rose besitzt. Also, in der Hand hält. Finde ich toll. Richtig, richtig toll gemacht. Okay, Champion, Kopfnuss-Attacke. Dieses Rettern sollte ich mir schneller besiegen. Tja. So schnell kann es manchmal gehen. Oh nein, Rettern, komm zurück. Okay, Smogon, nun liegt es an dir. Fiona Level 11 und erlernt Energiefokus. Perfekt. Flügelschlag-Attacke. Wow, sogar ein Volltreffer. Smogon! Smogon ist super. Ich liebe Smogon. Smogon gehört zu meinen Lieblings-Pokémon. Top 10 auf jeden Fall. Kein Scherz. So. Äh, Ruck-Zuck-Keep. Also, nee, nicht Smogon. Smog-Mog gehört zu meinen Top 10. Muss ich kurz berichtigen. Smogon ist natürlich auch cool. Aber die Entwicklung von Smogon ist richtig toll. Werdet ihr im Laufe des Spiels sicherlich sehen, wenn James dann Smogon entwickelt hat. So, Mensch, jetzt habe ich den Kampf gar nicht synchronisiert. Gar nicht mal so schlecht, du kleiner Knirps. Jason und James wurden besiegt. Ich glaube das einfach nicht. Ich wurde besiegt? Von einem Kind? Oh. Team Rocket. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Miauts genau. Wo hin? So, komm mit Sandan. Wir gehen jetzt weiter. Wo sind die denn hin? Wo ist das Team Rocket hingelaufen? Ich sehe sie gar nicht mehr. Hey, wir haben es geschafft. Das ist der Ausgang des Mondberges. Wie klasse. Route 4. Verbinde den Mondberg mit Azuria City. Sandan, das haben wir klasse gemacht. Oh, wow. Wir haben den Mondberg geschafft. Und wir sind fast in Azuria City. Seid ihr auch schon gespannt, wie die Stadt aussehen wird und was wir alles entdecken werden? Wenn ja, dann schaut unbedingt zur nächsten Folge rein. Rechts oben einfach drauf tippen und ihr kommt zum Video. Ansonsten vergesst, den Kanal zu abonnieren. Katztastisch! Miau!